Und was hat er geantwortet? Er werde mal sehen. Er könne nichts versprechen. Er müsse überlegen. In aller Ruhe. Seine Familie um Rat fragen. Seine Freunde. Agenten. Ich bin vielleicht nicht gerade sehr menschlich, aber wer ist das schon? Überlegen Sie, bevor Sie eine Dummheit begehen. Sag doch irgendwas! Was sollen wir denn jetzt machen? Wir warten auf Godot! Ach ja! Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum denn nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja! Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.